Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2863 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute wird wieder ein toller Tag. Die Arbeit macht Spaß und ist abwechslungsreich. Heute wird wieder ein toller Tag. Die Arbeit macht Spaß und ist abwechslungsreich. Heute wird wieder ein toller Tag. Die Arbeit macht Spaß und ist abwechslungsreich. Du hast noch nie beim Domino gewonnen. Warum sollte es jetzt passieren? Du hast noch nie beim Domino gewonnen. Warum sollte es jetzt passieren? Du hast noch nie beim Domino gewonnen. Warum sollte es jetzt passieren? Amelie zeigt etwas Interessantes, das sich rechts von ihr befindet. Wir können es nicht sehen. Amelie zeigt etwas Interessantes, das sich rechts von ihr befindet. Wir können es nicht sehen. Das Lernen an der Uni fällt mir. Das Lernen an der Uni fällt mir leicht und ich werde bald mein Examen machen können. Das Lernen an der Uni fällt mir leicht und ich werde bald mein Examen machen können. Wir musizieren zusammen. Mama spielt Orgel, ich spiele Gitarre. Mama spielt Orgel, ich spiele Gitarre. Wir musizieren zusammen. Mama spielt Orgel, ich spiele Gitarre. Wenn ich in der Natur bin, zeichne ich, was ich sehe. Wenn ich in der Natur bin, zeichne ich, was ich sehe. Die meisten Reparaturen im Haushalt mache ich selbst, aber die Elektroarbeiten überlasse ich einem Elektriker. Die meisten Reparaturen im Haushalt mache ich selbst, aber die Elektroarbeiten überlasse ich einem Elektriker. Die Jacke ist fertig. Wenn du willst, kannst du sie noch heute abholen. Die Jacke ist fertig. Wenn du willst, kannst du sie noch heute abholen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wenn dir das zu schwer ist, versuche es mit einem leichteren Gewicht. Wenn dir das zu schwer ist, versuche es mit einem leichteren Gewicht. Die Antwort wusste ich sofort. Ich musste nicht lange nachdenken. Die Antwort wusste ich sofort. Ich musste nicht lange nachdenken. Dein Vorschlag gefällt mir. Wie genau willst du die beiden Dinge zusammenbringen? Dein Vorschlag gefällt mir. Wie genau willst du die beiden Dinge zusammenbringen? Dein Vorschlag gefällt mir. Wie genau willst du die beiden Dinge zusammenbringen? Das kann nicht wahr sein. Ich habe nicht erwartet, dass das passiert. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nicht erwartet, dass das passiert. Warum magst du das Lied nicht? Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir viele Dinge ein, die ich mir wünsche. Hilf mir! Ich kann mich nicht mehr lange am Geländer festhalten. Hilf mir! Ich kann mich nicht mehr lange am Geländer festhalten. Hilf mir! Ich kann mich nicht mehr lange am Geländer festhalten. Mithilfe von Farbe und Pinsel veredle ich die von mir hergestellten Keramiken. Mithilfe von Farbe und Pinsel veredle ich die von mir hergestellten Keramiken. Ich höre Musik wie vor 40 Jahren. Seitdem hat sich nichts geändert. Ich höre Musik wie vor 40 Jahren. Seitdem hat sich nichts geändert. Ich bin hier, um den Fehler im Netzwerk zu beheben. Es wird nicht lange dauern. Wenn ich abends lese, habe ich ein Gefühl von innerer Ruhe und kann danach besser einschlafen. Ich fühle mich einsam und verlassen. Niemand kümmert sich um mich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann, was ich gleiche. Vielen Dank.